Wir haben keine Ahnung von... Die Scheibe ist da noch so dreckig. Ja, das ist eine neue Scheibe. Wir sind jetzt schon in Kasselang vorbei, ja? Ja. Wir sind jetzt bildlich auf ein neues Haus. Ach nein, ich habe gar keine Ahnung von... Wir sind nämlich heute unterwegs nach... Keine Ahnung wie das Ding heißt. Irgendwo bei... Von Bonn oder so. Wir wollten wirklich einen Hänger holen. Wir haben nur den Daniel mitgenommen. Hier hinten ist mein Mädchen auf dem Wort. Ich habe schlafen. Aber ich habe einen Hänger holen. Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. ... 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 Wir sind jetzt bei dem Kloster Altenberg. Wo das genau ist, weiß ich jetzt gar nicht. Wo war das jetzt? Was für ein Ort war in deiner Nähe? Keine Ahnung. Ich hab's gar nicht gesehen. Ich hab' nicht drauf aufgepasst. Ich weiß auch nicht, ob wir noch im Westerwald sind. Das jedenfalls ist ein altes Forsthaus. Papa freut sich, hat ein kleines Hängerchen ergattert. Da gibt's Juga für Bräute. Das heißt Bridal Juga. Ach so, ok. Was bringt das? Keine Ahnung. Mhm. Na ja. Werden sie mir sicherlich herzlich anbieten, denke ich mal. Nee, du bist ja keine Braut, ne? Nee. Was steht denn hier da? Die Kirche ist täglich zu besichtigen. Öffentliche Gebetszeiten. Geistlich Gemeinschaft Altenberg. Die Kirche ist zu besichtigen. Acht Uhr, zwölf vor acht Uhr. Und ich hab meine Maske. Ach, das ist ein richtig großes Gelände hier. Ja, aber nicht, dass hier die Pfanne gerät. Na, ich hab doch keinen Hund dabei. Ich hab keinen, wenn ich alleine bin, hab ich keine Angst. Ich hab keine Angst vor Hunden. Ich hab nur Angst, dass einer meinen Hunden was tut. Ist aber keiner da. Wartet mal, ich mach mal von euch beiden mal ein Foto. Wo ist das denn hier? Eine Bunkeranlage. Ja, oder so eine Kühlkammer. Wo haben sie denn die Dinger reingeschliffen? Meinst du? Ja. Das hat echt funktioniert. Hallo. Hallo. Das Haus da fetzt. Das muss ich hören. Das klingt, als wenn das Gepfel da fährt. Ja, hier wohnen auch noch eine Haufe Leute. Es werden doch wohl nicht die Mönche sein, oder? Das, was interessant ist, drauf, im Backofen. Auf dem hänger Kunst und Krempe gibt es hier. Alles gleich jüngle. Hier wohnen noch ein Hock in der Wütze. Hier ist ein cooler Ort, hier zu wohnen. Kunst und Krempe. Hier ist einfach einer von Schwänzchen unten verwandt. Hier sind die Parkplätze vom Kloster gewesen. Wo wollen wir lang gehen? Einmal rund? In welche Richtung? Das ist egal. Kloster Altenberg. Im Kloster. Echt, du musst Eintritt bezahlen? Das ist ja schön. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Ich habe noch 2 Euro in der Tasche. ich finde das gar nicht so hässlich auch das ist ja hübsch guck mal das sieht ja schön aus das ist eine schöne große kirche hier es ist kalt zur kirche musst du hier rein du kannst die es offen haben doch gesagt die sind öffnungszeiten du kannst dich jederzeit angucken das ist ein schönes gelände schöne bänke willst du meine glaube ich nicht das ist doch egal jetzt kommt ja keiner da musst du nicht da wo ist die kirche das sieht total schön aus das sieht ja richtig cool aus hier drin aber kannst du leider nicht weiter ich nehme mich hier einfach jetzt eigentlich weil das nicht ob man hier weiter geben soll oder nicht scheinbar nicht das ist total herrlich betreten des geländes auf eigene gefahr aber was haben die hier angepflanzt was ist das ich finde das herrlich ich würde mir auch gerne mal diese andere klosteranlage angucken hier in wie heißt das in blankenburg kommt da mit es ist schön hier so ewig kann das nicht dauern das ist ein gartenhaus das sieht man ich finde das total geil hier der komposthaufen der komposthaufen ich denke ja stimmt jetzt ist schluss hier ist schluss ich muss jetzt erst mal filmen ich filme gerade oder fotografieren ich bin wieder wieder im auto neben dem anderen haupt ich tut der arsch weh hier ist der hänger der Anhänger der Anhänger heißt das eigentlich achso ok ok Das ist ein normaler Weg. Das ist ein normaler Weg. Das ist ein normaler Weg. Eingartig. Oha, das ist ein Radweg. Wir fahren genau so lang. Ist das geil. Ist das cool. Das ist ein Radweg.